Ich habe das Video heute auf Social Media gesehen. In einer grossen Kartonschachtel ist ein Irrgarten aufgestellt. Es hat einen Eingang und einen Ausgang. Die Kartonwände sperren den direkten Weg vom einen zum anderen ab. Es hat Sackgassen, Umwägen. Man muss sich den Weg suchen. Jetzt wird ein Hamster beim Eingang hergesetzt und man will wahrscheinlich herausfinden, wie schnell er den Weg findet. Vielleicht will man herausfinden, wie sein Problemlösungsverfahren ist. Ob er gegen am gleichen Ort nicht weiterkommt oder ob er etwas leert. Schon bei der ersten Wand, wo er nicht weiterkommt, kräsmet der Hamster auf die Mauer hoch, überquert ein paar Hindernisse, geht wieder runter auf den Boden und wo er dort nicht weiterkommt, klettert er wieder auf die Mauer und geht schnurstracks zum Ausgang. Es ist Werbung von einem Beratungscoach, aber als ich das Video gesehen habe, ist mir sofort ein Bibelfers in den Sinn gekommen. «Mit dir überspringe ich Mauern.» Wie manchmal bin ich doch auch schon nicht weitergekommen auf meinem Weg. Ich bin angerannt. Manchmal wollte ich auch mit dem Kopf durch die Wand. Aber es hat meistens nichts genutzt. Ich wurde höchstens müde und habe Kopfweh bekommen. Manchmal ist es mir in Sinn gekommen, mich an Gott zu wenden. Ich habe gebetet oder einfach mich besonnen. Mich auf Gott eingelassen. Und es ist eben schon so. Dann hat es halt eine Lösung gegeben. Häufig ganz andere, als ich hätte gedacht. Aber der Blick auf Gott hat mir die nötige Distanz zum Problem gegeben. Und ich habe einen Ausweg gefunden. Oder eher Gott hat mir einen Weg gezeigt. Eben, manchmal über Mauern. Manchmal kommt es mir aber auch nicht in Sinn, dass ich ja gar nicht alles alleine machen muss. Das ist meistens dann, wenn es keine Lösung gibt. Dank diesem Video habe ich mich mal wieder daran erinnert. Es ist schön, zu wissen, dass ich nicht alleine unterwegs bin. Dass da jemand ist, der mir über Mauern hilft. Nicht mit einem Wunder oder etwas Übernatürlichem, sondern einfach mit einem anderen Blickwinkel. Mit einem Winkel, wie ich ein Problem auch noch anschauen könnte. Oder eben viel mehr nicht das Problem, sondern der Himmel über mir, dass ich den anschauen kann. Und dann merke, dass es ganz viele Wägen gibt. Manchmal führen sie über Mauern. Mit dir überspringe ich Mauern. Ich wünsche euch einen ganz guten Tag. Mein Name ist Christina Sieber. Ich bin Pfarrerin zu Untersehen.